Es geht gegen SC Elite jetzt hier und heute bei FM13. Wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Utopie, oder? Und wir haben in den letzten beiden Spielen kein Gegentor bekommen. Ich glaube, die neue Taktik, die ist einfach Bombe. Richtig. Also wir meinen das so, wir schießen ein Tor und stellen uns dann hinten rein. Genau. Das ist neu, das gab es noch nie. Auch nicht von Italienern. Das ist doch klasse. Der Kotz spielt da und das Reno-Schuhgeschäft. Und der Strauß, ob der wieder ein Ei legt. Ei, aua. Guck mal, auf dem Mittelkreis liegt ein Ei. Was? Was liegt da? Ein Ei? Jetzt spielen die Fußball mit dem Ei. Oh Gott. Da schliff doch ein Strauß raus. Raus. Travalla, das gibt's doch nicht, da ist das Ding. Der Kipper klatscht auch noch. Super fair. Fairer Sportsmann. Erst nicht verteidigen, dann noch applaudieren. Das nenne ich Sportsgeist. Hier. Der Ball kommt, ist ihm egal. Und jetzt applaudiert er gleich. Das ist fair play. Es hat sich gelohnt, die Havanna aufzustellen. Die steigen dann auch direkt von der vierten in die erste auf, wegen des Fairness-Preises. Wir applaudieren einfach jedem Gegner. Hin rein stellen. Hin rein. 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 Das hab ich euch doch gerade gesagt. Die Taktik ist hinten rein. Stell dich rein. Hüpft jetzt alle in den Rein. Das war ein Foul. Wenn die sich nicht zähmen können lassen tun, gibt es eine Karte in Farbe ihrer Armbinder. Die war bei The Way Road. Nein. Diese Armbinder, die sah aus wie ein Blutdruck-Missgerät. Der Blutdruck-Missgerät. Genau. Hey, Vorsicht. Vorhaut. Ja. Ach ja, schön 1-0 zu führen. Ja, ist schön. Das war ein Foul. Das werde ich auch ahndern. Ja, das ahne ich auch. Das hab ich geahnt. Das war ein Foul. So, 20 Minuten sind vorbei. Ganz hart. Glanzroller. 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 Roller, wenn es gut geht. Das gibt es doch nicht. Doch, mein Glanzroller. Ja. Ich trau's. Hey, da vorne, da war nix. Glanz. Ja, 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 je, 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 je. Komm mal, weil er noch 1. Einer geht noch. Ja, ne, ne, dann geht die Taktik nicht auf, ne, lass das. Raus. 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 Hey, der Meier, der 0815 deutscher Name. Meier, wir brauchen Meier. Wir brauchen die Meierers auf unserer Seite. Was steht da? 21.12. 2012. Miepa steigt auf. Hey, klasse. Das gibt es im Karton. Das glaub ich nicht. Das gibt es im Karton. Ja. Und bevor sie irgendwas von Mayas labern, packe ich jetzt mein Märchenbuch aus. Hölle, das gibt es doch nicht glanzart. Na gut. Gut so. Das ist die Taktik in den Haufen geworfen. Wo war das denn Higgs-Alz? Das kann kein menschliches Auge sehen. Doch, ich als halber Roboter kann das. Schultz, ja, aus 250 Metern schießt der Robb. Schultz. Schultz. Schultz, aber das hat sich lang, ja, lang gemacht. Schultz. Zieh dem langen Kondom drüber. Schultz. 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 Das war rückwärts. Genau. An den Werten. Das habe ich geahnt. Juicy. 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 Oh, juicy. Ja. Saftig halt. Ja. Saftiger Pfirsich. Orangensaft. Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Trotzdem bin ich es lustig. Raus. 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 Na ja, vielleicht gibt es ja Orangensaft zur Halbzeit, mal gucken. Nicht immer dieses scheiß Wasser. Jetzt gib mir doch den Orangensaft wieder. Genau. Den Saft. Da gewinnen wir das Ding. Das Ding. Diesmal, da arbeite ich mit den letzten, zumindest zwei davon. Mit Lavendelöl, vergiss es. So, zweite Halbzeit. Hat angefangen. Ne, was ist das denn? Glaub ja nicht, du hast schon gewonnen. Aus. Jens. Ich glaube aber dran. Die Taktik geht auf. Hat bei den E-Tackern auch oft funktioniert. Wo ist das denn Hichsides? Wo ist das denn Hichsides? Wo ist das denn Hichsides? Ich als Cyborg habe das gesehen. Das war Hichsides. Er hat Hichsides, weil ich. So, Röwe. Jetzt auf der rechten Seite. Ja, der Löwe. Gut, umgesetzt. Jippie, ja, ja, jippie, jippie, jippie. Junge, was willst du ja? Junge. Ich glanz da. Warst du ein Elfmeter-Killer? Michael Juicy. Ich hab's jedoch gesagt. Gruß. Jens. Ich also den. Juicy. Du saftige Pflaume. Moment. Stopp. Moment. Jetzt, pass kommt an. Pass kommt nicht an. Moment. Moment. Jetzt aber. Moment. Das war ein V, ganz klar. Den hat er umgehauen. Bodycheck. Schutz. Schutz dahinten. Ich wechsle jetzt. Mir egal, dass die Ecke gerade reinkommt. Ich wechsle sonst. Ralf, ich wechsle. Okay, dann. Mach das. So, Bären darf auch mal. Der 35-Jährige. Kann es überhaupt nur laufen. Da ist ein Rollator dabei. Geil. Rollator. Da schreibe ich mir mal ein paar neue Fragen auf für nach dem Spiel. Da hat irgendwas von Rollator gelabert. Da frag ich mir mal am besten, was das ist. Hey, Glanz, da war das. Das war auch super. Schillmotiviert, der Olli wieder. Wir da. Wo ist das denn, ich seid? Wo ist das denn, ich seid? Hey, das kann doch kein normaler Mensch sehen. Das ist richtig. Das ist so egal, wenn ich einen Cyborg führe. Soll ich das noch sagen? So, Kirchhoff. Wieso schießt er denn schon? Das wäre es gewesen. Da wäre das Ding. Schutz. Schutz. Rein. Das war ein Foul, das sehe ich auch so. Da brauchst du auch nicht so Verständnis aus dem Kopf. Schattel. Janz. Was denn klasse? Gut, dass wir die trainiert haben. Und wenn er jetzt noch mit Effet kommt, kann er auch mal bis auf 20 Meter aufs Loch rankommen. Du lauf doch, du hast doch Hich. Ja, klasse. Nee, scheiße. Die schießen es. Das gibt den gelben Karton. Jetzt habe ich gerade gesehen. Akkus Schwanz. Richtige Entscheidung. Elf Meter, glaube ich. Nee, da vorne war der V, genau. Da kommt er ja auch. Markus Lanz, Günther hier auch. Das ist ja der Hammer hier. Ja, und das ist ein Benefit-Spiel. Genau. Das ist ein Benefit-Spiel. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Schutz. Thomas Doll, guck mal. Paul Breit, nice. Klasse, ein Benefit-Spiel, super. Der gar nicht spielt. Hey, halt's Maul. Das gibt den Karton genug Benefit-Karton. Sie lauch. Du bist auch ein Lauch. Nein, das ist eine Katty Güler. Raus. So, zwei Minuten noch. Wäre dieser Kacke-Elfmeter nicht gewesen, wäre die Taktik wieder perfekt aufgegangen. Nein. Nein. Raus. Ich hau den... Ja. Stell den Orangensaft wieder weg. Ja. 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 Ich habe gesagt, die geht es. Klasse. Klasse. Ich krieg das hatte vom Bier. er das gibt auch jetzt in der drei und reizischen spielte nach den gelben karton versuche sie nicht mit mir zu spielen ich will doch nur spielen ich bin doch nichts besser nicht griff das ist nicht gleich da kann so doll gemacht nicht ganz doll im allerletzten moment den kohlen noch aus dem feuer geholt er sah doch schon so verkohlt aus aber jetzt lebt er noch baston aber immerhin noch der ausgleich nein das machst du gut das passt wirklich ich bin das ist im mitteilchen jungen genau genau sa kaum muss noch zwölf star zwölf star zwölf star ist wir sind nur noch ein zwölf star ich verstehe sie arm hat kein aber er hat der frage schützt nach nächster bock ich frage sie mich nicht nach nächster woche für gewöhnlich hängt schon der übernächste tag nicht das was der gestrige versprach und der heutige auf die morgigen verschiebt verstehen sie ja okay was sagen sie eigentlich dazu dass Ofuso R in der Elf des Tages ist ich mich interessieren die schwänze nicht haha okay das ist ein komisches verhalten was sagen sie zu diesem bild was fällt ihnen dazu ein wenn ich in dieses bild zeige krieg das war der pet ja ja das ist ja klasse guter schnappschuss guter schnappschuss klasse wie er da liegt okay halt's maul würde ich auch nur sagen haha oh gota hat interesse an uns jetzt jetzt guck mal wir sind die paar wünschen zwölf und sind zwölf da haha das ist ja bombastisch finde ich auch FC Menningen als nächstes Mähming die Schwaben erwarten uns Mähmingen Mähmingen raus jetzt gib mir noch den Knochen mit A mit A mit A das war auch ein Widder Pit he ja A B he 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 D he he E he 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 ja Impf G H H I he ich hab jetzt aufgeladen, das ist mir zu doof genau Hitler J nur weil du nicht weißt wie es weitergeht he hast recht he 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 so he wir spielen da warm Finale da warm das gibt es nicht in sechs Tagen ist Alexander Stahl wieder fit he wie ist das so die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern ö ö ö ö kommst du damit nicht klar oder was? nein ne das machst du echt gut, das ist klasse ja just imitating you so und im nächsten du hast eine Nachricht Part spielen wir gegen Memmingen doch bevor der nächste Part kommt haben wir drei Nachrichten hm egal du hast den am Ziel erreicht sie haben den Ziel erreicht also sie haben den Ziel erreicht so gesehen haben sie den Ziel erreicht klasse den Ziel was war denn den Ziel? Flanken war den Ziel und den Ziel haben wir jetzt geschafft toll dann bis zum nächsten Part tschüss tschüss tschüss